Hey Leute, Deutschlandticket ist da und ihr wisst, was das bedeutet. Reisen und Vloggen. Ja, jede Woche nur einmal, weil ich muss arbeiten. Aber es geht jetzt auf nach Köln, Leute. Hey Leute, ich bin am Bahnhof. Wir haben kurz vor sieben. Mein Zug soll um sieben kommen. Das Ding ist, der Zug, der um sechs kommen sollte, steht auch immer noch auf der Anzeigetafel. Das macht mir ein bisschen Angst, aber passiert. Und es sind auch relativ viele Leute. Aber ich habe gehört, heute wäre Feiertag. Wusste ich auch vorher nicht. So Leute, wir sind im Zug. Meiner kam tatsächlich pünktlich. Und die Velo-Kamera, die ich mir kaufen will, werde ich mir vermutlich möglichst bald kaufen. Ist mit dem Handy geil. Aber eine Velo-Kamera wäre schon geiler irgendwie, oder? Leute, Sparfuchs am Start. Kostenloser Strom. Ist der beste Strom. Ja Leute, mein Handy ist voll, aber das ist ja gar kein Problem. Wir haben auch noch eine Powerbank. Ich bin so ein Schnurrer. Ladies and Gentlemen, seht die Nahrungsmittelaufnahme. Geil. Lecker. Auf jeden Fall, die lecker. So Leute, ich habe aufgegessen und kurz Wettereppel geguckt. Es soll um 9 Uhr regnen, also in fünf Minuten. Um 12 Uhr regnen, also in etwas über drei Stunden. Und um 15 Uhr regnen, etwas über sechs Stunden. Mal gucken, ob ich dann überhaupt noch hier bin. Ich will halt nur kurz einen Köln-Trip machen. Ein bisschen rumlaufen, genießen. Mein Köln ist halt wirklich nicht weit weg von mir. Und ich mag diese Stadt. So Leute, wir sind jetzt hier hinterm Dom. Da sieht man den Dom noch. Hier ist so Wasser und so. Ich bin der bester Vlogger ever. Ich zeige euch Sehenswürdigkeiten. Das ist, wenn ihr auf den Dom zugeht. Hobt die Treppe, links. Dann da Richtung die Brücke zu Deutz. Aber da geht ihr runter. Dann kommt ihr hier zu Wasser. Und das läuft dann hier so lang. Cool. Hier stehen Flaschen rum. Ich glaube, die haben Pfand. Ich habe da auch keine Ahnung von. Und leider Gottes, der Pfandautomat im Rossmann ist kaputt. Sonst hätte ich sie mitgenommen. Und im Rossmann abgegeben. Ah ja, passiert. So, könnt euch hier nochmal das Wasserspektakel. Ich habe heute schon voll viel Pfand gesehen. Also, wenn wir richtig reisen, werde ich auf jeden Fall den ganzen Pfand immer mitnehmen. Hätte ich heute schon ein paar Euro machen können. Aber ich dachte so, ja, lässt er für andere stehen, die vielleicht mehr Bock haben drauf. Und vor allem mein Rucksack. Ich habe halt nicht daran gedacht, eine Tüte einzupacken. Sonst habe ich mal eine Tüte für die Gelegenheit mit. Okay, das ganze Wasser ist schön. Aber hier unten wird es ein bisschen ranzig. Da schwimmt ein bisschen viel Dreck drin rum. Hier sind Bote. Da ist eine Brücke. Und ich sei ein Dummer. Ja, ähm. Ich werde jetzt gleich vermutlich ein bisschen live auf TikTok gehen. Das werdet ihr, wenn dieser Vlog rauskommt. Schon lange gesehen haben, weil er natürlich mir überall aktiv folgt. Und ja, wir sehen uns danach wieder hier. So, Leute. Ich war jetzt ein bisschen auf TikTok live. Tatsächlich nicht mal ganz so lange, weil der Akku sehr schnell runtergegangen ist. Ich werde beim nächsten Mal vorher Powerbanks ohne Ende aufladen. Alle, die ich habe und mitnehmen, wenn ich verreise. Dann können wir auch ein bisschen länger live gehen. Ich dachte ehrlich gesagt nicht, dass er es so schnell ziehen würde. Für gewöhnlich, ja, zieht schnell Akku. Aber so eine halbe Stunde, Stunde geht eigentlich trotzdem immer. Aber zack, wirklich gefühlt jede Minute drei, vier Prozent weg. Und ja, das ist dann blöd. Schon wieder, weil im Leistung vorhin auch schon wieder Flaschen. Da auch einer. Also es sind mittlerweile bestimmt 20, 30 Flaschen, die ich hier überall gesehen habe. Also bin ich lost und da ist kein Pfand drauf. Aber ich habe im Kopf, dass auf dem braunen und den grünen Pfand drauf ist. So, warum stehen hier überall Flaschen? Warum nimmt die keiner mit? Da sind sogar Plastikflaschen mit Pfand. Warum nimmt die keiner mit? Also ich weiß, warum ich sie nicht mitnehme, weil ich kaufe mir gleich eine Tüte und gehe hier nochmal lang, glaube ich. Also es ist echt. Leute, ich weiß nicht, wie man es sieht, aber es sind Carnigels. Die rennen da gerade rum. Moment, ich versuche mal zu zoomen. Seht ihr sie? Carnigels. Da in der Mitte auch ein Carnigel. So, Leute, ich glaube, euch im Vlog habe ich noch keinen Ausblick von hier oben gezeigt. Da sind wir gerade auf der Brücke neben dem Dom. Hier ist Wasser. Ja, das war der Ausblick. So, Leute, sind wir wieder am Dom. Übrigens, der 9 Uhr Regen ist nicht eingetroffen. Das ist schön. Mittlerweile könnte die Treppe hier trocken sein. Ich gucke mal, ob ich mich da hinstellen kann. Da sitzen auf jeden Fall schon ein Haufen Leute. Und die Treppe sieht trocken aus. Geil. So, Leute, wir sind gleich da. Wir sind jetzt Köln-Messe-Deutsch. Wir wollen natürlich Hauptbahnhof. Und ich habe gesehen, in meinem Popmann wieder das Kleingeld. Das sollte für ein kleines Trink reichen vielleicht ein Snack. Aber das sind 10 Euro an Kleingeld. Ich würde das nicht mehr als Kleingeld bezeichnen. Das habe ich hier egal. Das heißt, ich gucke mal, ob ich vielleicht ein richtiges Sandwich oder so bekomme. Mal gucken. Fahren wir schon wieder? Ne, der Nachbar-Zug fährt. Das hat mich irritiert. Weil der gefahren ist. Da dachte ich kurz, wir bewegen uns. Köln, motherfucker. Alter, der licht sich geil aus. Ja. Wir gehen jetzt erst mal was zu essen suchen im Bahnhof. Ich glaube, da war ein Rostmann. Kriegen wir hin. Wenn ich in Köln bin, vorm Dom, setze ich mich eigentlich immer an genau dieselbe Stelle auf der Treppe. Außer es kommt irgendwas dazwischen. Zum Beispiel einmal war eine Community-Treffe von Alexa, da habe ich mich da hinten gesetzt, weil da alle saßen. Und einmal brauchte ich Schattenschutz, da habe ich mich da an die Mauer gesetzt. Aber sonst sitze ich immer genau hier. Ich bin echt ein Hardcore-Gewohnheitsmensch. Kurz vor dem Dom hingesetzt, zack, ist eine Ewigkeit an Zeit vergangen. Ist einfach immer so, wenn ich hier bin. Naja. Ich gehe mal im Bahnhof, ich habe mir noch sehr viel Kleingeld übrig, gucken, ob ich ein Mittagessen finde in Barmes. Weil nächstes Mal nehme ich wirklich ein kleines Jäckchen wieder mit. Gerade bei feuchten Windstößen ist das dann doch ganz praktisch. So, ich bin ein bisschen rumgelaufen und habe ein bisschen geguckt. Ich könnte mir eine Nudelbox holen für 5,50 Euro. Das ist aber ein Haufen Geld. Oder für 6,90 Euro eine Nudelbox mit Frühlingsrollen. Und das wäre noch mehr Geld. Aber wäre schon irgendwie geil. Ja, hätte ich irgendwie Bock drauf. Na, ich weiß nicht. Ich hätte schon Bock drauf, aber es ist echt viel Geld. Mann. So Leute, ich habe mich entschieden. Ich werde mir eine Nudelbox holen und werde ein Restaurant-Testing draus machen. Das heißt, ich komme nicht in diesen Vlog, sondern als externes Restaurant-Testing-Video. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß damit. Ich werde es euch unten in den Kommentaren verlinken, falls es schon öffentlich ist. Wenn dieser Vlog rauskommt, wenn nicht, guckt einfach auf meinem Kanal. So Leute, ich habe hier aufgegessen mein Essen. Also hatte ich vorhin schon, ich weiß nicht, wann haben wir Vlog aufgehört. Video könnt ihr euch auf jeden Fall angucken. Ich werde es euch verlinken. Und wir gehen jetzt würde ich sagen langsam Richtung Zug wieder. Ich habe jetzt ziemlich lange am Dom gesessen. Ich muss sagen, es klingt skurril. Köln ist wirklich eine schöne Stadt. Aber was ich am liebsten an Köln mag, ist, vorm Dom sitzen. Ich weiß, das hat irgendwie so ein anderes Feeling. Wir sind so, es ist wie zu Hause. Du kannst gestillt rumsitzen, aber hier sind noch andere Menschen. Das heißt, du bist kein trauriger Idiot, der alleine vorm Rechner sitzt. Du bist ein trauriger Idiot, der alleine in der Menschenmenge sitzt. Gehen wir zum Bahnhof. Also der ist da direkt. Wir gehen zu gucken. Ich weiß gerade nicht, wann der nächste fährt. Ich gucke nach. Ich bin cool. Leute, ich nehme die Rolltreppe. Weil ich der Cruel bin. Soll ich euch ein Geheimnis verraten, Leute? Einer der Gründe, warum ich wieder zurück will, ist einmal natürlich, dass es ein kurzer Reise-Vlog sein sollte. Und ich zu Hause auch noch ein paar Sachen wie Let's Plays und Brexit aufnehmen muss. Und ich muss voll dringend pinkeln. Aber der Zug kommt einfach erst in über 20 Minuten. Ich pisse mich gleich an. Und ich fahre wieder runter. Und gleich wieder hoch. Es ist sinnlos. Ich habe Spaß daran. Ich habe Spaß daran. Lasst mich. Ich habe mir einen Timer gestellt auf eine Stunde. Und eineinhalb Stunden bin ich erst am Bahnhof. Also kann ich gut machen. So Leute, ich habe gepennt. Ich will ja demnächst auf... So, ich hoffe jetzt klappt mein Handy. Ist gerade einfach ausgegangen. Weil Akku leer. Ich will ja demnächst mehr mit dem Zugreisen, auch längere Nummern. Ich werde da sowas von mir so ein Nackenkissen holen. Das ist... Erstmal ist mein Kopf so voll weit nach hinten. Weil ich kann ja dann eine Jacke oder so zwischenstopfen dann. Weil ich brauche so ein Nackenkissen. Wer ist denn, können wir so zur Seite ohne den Hals zu brechen? Leute, ratet mal, wer vor der Zugfahrt richtig dringend pinkeln musste. Und es dann vergessen hat. Und jetzt wo er aufgestanden ist, wieder richtig trinken muss. Ja, jetzt möglichst schnell nach Hause kommen. Ich würde sagen, wir beenden jetzt den Vlog. Ich werde jetzt ein bisschen am PC arbeiten. Und ich denke, das ist für euch nicht so interessant. Ja, war ein kurzer Mini-Vlog. Ich hoffe, es gefällt euch. So Leute, ich war schnell Rossmann. Power Rate und Thunfisch. Für unter 4 Euro. Warum zum Teufel sollte man in ein Restaurant gehen, wenn man ein Gourmet essen? Bei Rossmann kriegt unter 4 Euro. Leute, wir sind vor dem Dom. Der Boden ist nass. Das spricht weder für das heutige Wetter noch für meine Idee, mich auf den Domplatz-Treppe da zu setzen und zu essen. Da ist der Dom. Hier seht ihr Dom. Ich werde gleich einen Shot machen, wie ich was esse, damit ihr seht, dass ich esse. Baby vom